In diesem Video möchte ich dir einen KI-Textgenerator vorstellen, der ziemlich unbekannt ist, der aber meiner Meinung nach relativ viel Potenzial hat. Es geht um SEO Writing AI und dieser KI-Textgenerator hat zwei Besonderheiten. Erstens, du kannst ihn dauerhaft kostenlos nutzen und zweitens, das Tool ist darauf spezialisiert, Longform-Content zu produzieren, also Blogposts zu produzieren. Meine Tests haben gezeigt, dass dieses Tool beim Longform-Content besser abschneidet als andere KI-Textgeneratoren. Ich werde mich gleich einloggen und dir das Tool im Detail zeigen. An der Stelle nur der Hinweis, dass ich dir unter dem Video auch meinen Beitrag zu den besten KI-Textgeneratoren verlinke. Dort findest du eben einen Vergleich zwischen verschiedenen Tools, die es gibt und SEO Writing AI habe ich da eben auch hinzugefügt. Und genau dieses Tool möchte ich dir jetzt vorstellen. Der Link zu SEO Writing AI, den findest du ebenfalls unter dem Video. Jetzt bin ich eingeloggt in SEO Writing AI. So sieht das Dashboard aus. Und wenn man hier jetzt, beziehungsweise wenn man hier aufs Dashboard geht, sieht man mal die verschiedenen Funktionen. Und das ist schon mal ein Unterschied zu anderen bekannten Tools, die man so kennt. Denn andere Tools bieten extrem viel verschiedene Templates. Und SEO Writing AI macht das eben nicht. Also du siehst hier nicht irgendwie 30, 50, 60 verschiedene Templates für verschiedene Textarten, die man damit produzieren kann. Sondern dieses Tool ist ja ein Spezialtool, würde ich sagen, beziehungsweise es ist spezialisiert für diese Blogposts, beziehungsweise für Longform Content. Du kannst mit diesem Tool innerhalb von wenigen Minuten durchaus einen Longform Content Blogpost generieren mit tausenden Wörtern. Wirklich mit tausenden, mit 4000, mit 5000 Wörtern. Inklusive Bilder, inklusive Tabellen, inklusive ja auch einer gewissen SEO Optimierung. Und das werden wir jetzt einfach, also es gibt noch ein paar andere Funktionen, aber ich würde sagen, wir starten da jetzt gleich mal los. Und ich demonstriere das gleich, wir werden jetzt live einen Blogpost generieren. Es gibt aber auch einen Bulk Artikel Generator, also mit dem du mehrere Blogposts sozusagen in Auftrag geben kannst. Und es gibt noch ein paar Spezialfunktionen, auf die möchte ich dann danach nochmal kurz eingehen. Jetzt klicken wir aber auf den One Click Blogpost und wir geben jetzt mal ein paar Dinge ein. Ich möchte jetzt mal, also ich stelle die Sprache mal natürlich auf German und ich möchte, ich denke mir jetzt schnell ein Thema aus. Ich nehme jetzt einfach mal, keine Ahnung, schneller Muskelaufbau, sagen wir mal. Ich wäre jetzt ein Fitnessblogger, hätte ein Fitnessblogger und möchte dazu, ja, möchte dazu einen Blogpost erstellen. Könnte mir, also schneller Muskelaufbau wäre mein Main Focus Keyword, das ich targetieren möchte mit dem Blogpost. Und dann könnte ich jetzt, wenn ich zu faul wäre, mir selbst einen Titel auszudenken, kann ich das auch schon von der KI machen lassen. Und ja, schneller Muskelaufbau, Tipps und Tricks für schnelle Resultate. Ich nehme das jetzt einfach und dann könnten wir hier mal die Einstellungen machen. Man sieht hier also xSmall, das wäre schon, also die geringste Größe, die man auswählen könnte oder der geringste Umfang, die geringste Länge wären schon mal 600 bis 1200 Wörter. Und Large wären 3600 bis 5200 Wörter mit 13 bis 16, ich mache das mal größer, Überschriften, also H2-Überschriften. Ich würde jetzt einfach mal, ja, Small nehmen, das ist schon mal bis 2400 Wörter. Und Tone of Voice nehme ich jetzt einfach mal Casual, Point of View, First Person Singular, also ich zeige dir, wie man und so weiter, also man bloggt ja oft den First Person Singular. Target Country, da nehme ich jetzt auch nochmal German. Falls du dich jetzt fragst, warum ich bei der Sprache German auswähle und dann bei Target Country auch nochmal German, das ist einfach wegen der SEO-Funktionalität. Das heißt, da kommen wir gleich dazu, du kannst da nämlich auch dir wirklich auch Live-Daten ziehen lassen, um den Content zu erstellen. AI-Images, da sage ich jetzt mal Yes und Number of Images, sagen wir mal drei von mir aus, im 16 zu 9 Format. Und YouTube-Videos soll er auch inkludieren, vielleicht soll er zwei YouTube-Videos in unseren Beitrag integrieren. Da kann man dann auch noch auswählen, ob er jetzt Videos und Bilder abwechseln soll oder ja, erst die Bilder zeigen soll im Beitrag, dann Videos und so weiter oder First Videos, denn Images. Ich lasse das jetzt einfach mal, also abwechselnd. Und dann könnten wir noch einstellen, dass die Medien-Elemente, also die Bilder und auch YouTube-Videos, die er da einbetten würde, nicht einfügen, ja, einbetten würde, dass das immer unter einer H2-Überschrift kommt, das könnten wir auch hier einstellen. Genau, dann hier SEO, NLP-Keywords, also NLP-Keywords, das soll jetzt hier kein SEO-Tutorial werden, aber das ist eben so, wie man es aus Tools, zum Beispiel von Surfer SEO, NeuronWriter etc. kennt. NLP-Keywords, ganz vereinfacht gesagt, sind einfach Wörter, Phrasen, Longtail-Keywords, die bezogen auf unser Main-Keyword, in dem Fall wäre es schneller Muskelaufbau, sehr oft im konkurrierenden Content vorkommt, also in den Content, der in der Top 10 zu diesem Keyword rankt. Und diese NLP-Keywords kann man sich jetzt, also extrahierter von der Konkurrenz und kann man hier mal quasi einfügen lassen. Du könntest aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Tool wie NeuronWriter nutzt, da komme ich danach noch dazu, ich zeige dieses Tool auch direkt im Video, dann könntest du dir NLP-Keywords auch in NeuronWriter generieren lassen zu diesem Keyword und dann hier einfügen und dann hier den Content schreiben lassen und ihn dann anschließend in NeuronWriter verbessern. Genau das werden wir dann auch machen, zumindest das anschließende verbessern. Also das möchte ich auch nochmal im Video zeigen. Ansonsten hast du hier noch Einstellungen wie Structure, also Struktur, also soll er eine Conclusion reinbringen, soll er Tabellen reinbringen, ja, soll er auch H3-Überschriften hineinbringen, ja, Listen soll er auch, ja, Kursiv schreiben, also Italics, Quotes, also Zitate, Key Takeaways, also das Wichtigste in Kürze, FAQ soll er einbauen und auch fettgeschriebene Wörter. Und dann könnten wir auch noch sagen, Connect to Web, können wir sagen Ja. Und dann könnten wir hier noch entweder Source-Links eingeben, das heißt, dass er uns dann auch die Quelle, wo er die Informationen rauszieht, angibt und Realtime Search Results könnten wir jetzt auswählen, das heißt, er sucht selbst in Google.de, weil wir haben ja Germany als Land angegeben oder man könnte auch URLs Reference eingeben, das heißt, du kannst dann, könntest selber drei URLs zum Beispiel auswählen und diese hier einfügen und er würde den Content basierend auf den Informationen aus diesen URLs sozusagen erstellen. Das Ganze läuft natürlich mit der GPT-Technologie von OpenAI, das ist ja die Grundtechnologie, die immer in diesen KI-Text-Tools genutzt werden, darauf gehe ich dann aber noch ein, also bezüglich GPT-4, GPT-3.5 und so weiter. Wir lassen es jetzt mal auf Realtime Search Results und Publish to WordPress, also du könntest es auch direkt sozusagen in WordPress veröffentlichen, wenn du das connected hättest, das habe ich aber nicht gemacht in meinem Fall und dann könnten wir hier auswählen, zum Beispiel GPT-3.5 und GPT-4, GPT-4.8k oder GPT-4.128k, das ist jetzt aber noch im Beta-Test und das wäre nur über die eigene API verfügbar. Ich nehme jetzt mal GPT-4.8k und man könnte hier noch seinen eigenen OpenAI-Key einfügen, das heißt, wenn du jetzt die kostenlose Version nutzt, aber da gehe ich dann beim Pricing drauf ein, könntest du es kostenlos nutzen und da hast du auch kostenlose Credits und wenn die Credits verbraucht sind, könntest du über deinen eigenen OpenAI-API-Key das Tool trotzdem weiter nutzen, auch wenn du im kostenlosen Plan deine Credits verbraucht hast. Ich nutze übrigens nicht den kostenlosen Plan, ich nutze den bezahlten Plan, denn dieses Connect-to-Web ist ein Feature, das nur im bezahlten Plan drinnen ist. Für mich ist es aber ein relativ sinnvolles Feature oder ein wichtiges Feature, aber darauf, wie gesagt, da kommen wir dann im Pricing noch dazu. Ich würde sagen, wir haben jetzt mal so alles eingegeben. Jetzt scrolle ich nach oben, das ist von der UI, da sollten die da unten den Button haben, dann muss man nochmal nach oben scrollen. Das ist so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe und ich kann zu diesem Tool wirklich nicht viel kritisieren. Ich klicke jetzt einfach auf Run. Das dauert jetzt ein bisschen und während er diesen Content erstellt, bringe ich jetzt noch ein zweites Tool hier ins Spiel. Und zwar das Tool NeuronWriter. Hier bin ich gerade auf dem Testbericht von NeuronWriter inklusive Testvideo. Dieses Tool verlinke ich dir auch unter dem Video. Und zwar kannst du mit diesem Tool eben eine Optimierung des Contents dann durchführen, weil du solltest ja nicht einen KI-Content produzieren, den einfach so veröffentlichen. Mache ich sowieso nicht, ich schreibe da viel um, ich lösche einiges, ich ergänze einiges, ich mache den Content unique und vor allem, ich verbessere ihn dann mit NeuronWriter. Ich logge mich jetzt auch gleich parallel in NeuronWriter ein, dann können wir den Content von SEO Writing AI, den schauen wir uns jetzt gleich an, wenn er fertig ist und dann können wir ihn in NeuronWriter noch optimieren. Wie gesagt, NeuronWriter ist ein Content-SEO-Tool, ähnlich wie Surfer SEO, aber Surfer SEO kostet zum Beispiel 50 oder 100 Euro pro Monat und NeuronWriter hat einen Lifetime-Deal, der ist aber sehr versteckt, den findet man auch nicht auf der normalen Webseite, also wenn du hier auf Lifetime-Deal kaufen gehst, in meinem Testbericht, meinen NeuronWriter-Testbericht verlinke ich dir unter dem Video, falls dich das interessiert. Ich weiß aber, dass viele Zuseher von meinem YouTube-Kanal NeuronWriter schon längst gekauft haben, weil das wirklich eines der besten Tools ist, die man eben vor allem mit Lifetime kaufen kann. Ich weiß nicht, wie lange es den Lifetime-Deal gibt. Jetzt ist man auf dieser Lifetime-Deal-Seite und da muss man dann nach unten scrollen und dann sieht man hier NeuronWriter Limited Lifetime-Offer. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht, selbst wenn das Video online geht, könnte es sein, dass es diesen Lifetime-Deal nicht mehr gibt. Und da kann man NeuronWriter kaufen, selbst schon für unter 100 Euro, also einmal bezahlen, 89 Dollar und für immer nutzen. Ich nutze aber den Goldplan, weil man ab dem Goldplan alle Funktionen hat in NeuronWriter. Aber wie gesagt, wenn du jetzt direkt auf NeuronWriter gehst, dann findest du nur die normalen Preise mit den monatlichen Bezahlplänen. Diesen Lifetime-Deal findest du wirklich nur unter dem Link, den ich dir im Video angebe. Ich logge mich jetzt mal ein. Da gebe ich jetzt mal das Keyword ein, schneller Muskelaufbau und Germany als Country und Language German ausgewählt. So, NeuronWriter ist fertig. Er hat mir jetzt zu diesem Keyword die Konkurrenz rausgesucht und auch den Content der Konkurrenz analysiert. Ich gehe jetzt zum nächsten Schritt und hier sieht man, dass NeuronWriter extrem viele NLP-Keywords eben extrahiert hat. Eben hier die Basic Terms, die Extended Terms und auch noch die Terms in den Headings, also H1 und H2, H3 Terms. Genau. Und jetzt gehen wir, wenn wir da jetzt, dann werden wir jetzt gleich mal den Artikel einfügen von SEO Writing AI und dann kann man ihn mit NeuronWriter weiter verbessern. Und so wäre das dann ein Workflow, wie man eben auch optimierten Content erstellen kann. Wichtig, wie gesagt, dein Content muss nicht nur optimiert sein in dem Sinn, dass du gute Scores hier bekommst, dass er irgendwie lange ist und so weiter, sondern er muss die Suchintention treffen, er muss seinen Mehrwert bieten und vor allem er muss einmalig sein. Also es ist jetzt nicht so, nicht, dass du mich hier falsch verstehst. Ich produziere meinen Blog-Content nicht so, dass ich mir das von der KI schreiben lasse und dann kurz verbessere und dann gleich veröffentliche. Ich arbeite schon auch wirklich lange teilweise an meinem Blog-Content, aber dank der KI-Tools trotzdem deutlich weniger lang, als ich es noch vor eineinhalb Jahren benötigt habe, um meinen Content zu erstellen, weil mir die KI-Tools hier einfach helfen. Gut, der Switch zurück zu SEO Writing AI. SEO Writing AI ist fertig, 1765 Wörter. Er hat mir auch gleich Meta-Description und Meta-Titel erstellt und er hat mir eben auch hier KI-Bilder eingefügt. Die könnte ich auch neu generieren lassen, wenn ich das möchte. Und ja, schauen wir mal drüber. Lesen wir mal kurz rein, nur die ersten Zeilen. Ein schneller Muskelaufbau ist etwas, nach dem viele Athleten und Fitnessliebhaber streben. Mit den richtigen Muskelaufbautipps und einer effektiven Strategie ist es möglich, die Muskulatur schnell aufzubauen, beeindruckende Resultate zu erzielen. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie man mit einer Kombination aus gezieltem Training, fundiertem Wissen und einer angepassten Ernährung ein schnelles Muskelwachstum erreichen kann. Dann sind hier schon mal die Key Takeaways. Die Basis für schnellen Muskelaufbau besteht aus diszipliniertem Training und einer bedachten Ernährung. Klar, Training und Ernährung. Erste sichtbare Ergebnisse können nach etwa sechs Wochen erwartet werden. Als Anfänger stimmt das sicher, also wenn man jetzt neu startet. Die tägliche Proteinzufuhr sollte bei circa 1,7 Gramm pro Kilo Körpergewicht liegen. Stimmt sicher, wenn auch etwas hoch. Ich glaube 1,2 bis 1,3 sollten ausreichend sein, aber ich bin da jetzt auch nicht der Profi. Intensive Übungen fördern, Muskelerschöpfung und späteren Muskelaufbau, Pyramidentraining, effektive Trainingspläne, optimale Trainingsintensität und so weiter. Ja, nur von Regeneration steht hier nicht so viel. Aber ansonsten, wie gesagt, also dann hätte er hier schon ein YouTube-Video eingebaut. Kommt, ja genau, also ein YouTube-Video. Dann, genau, wie man hier sieht, diese ganze Formatierung hat er gemacht, eben mit Vorteilen, also mit Tabelle. Hier hat er eine Tabelle eingebaut. Hier hat er ein Zitat eingebaut. Dann Grundlagen der Ernährung, bla bla bla. Und dann hier über Aminosäuren und dann hier auch Proteinquellen, sehr gut auch dargestellt mit in der Tabelle. Also richtig, richtig gut. Dann hier wieder ein KI-Bild eingebaut, das wir dann auch neu generieren lassen könnten, wenn wir das wollten. Dann hier wieder ein Video eingebaut, hier wieder eine Tabelle eingebaut. Also das sieht alles mal nicht so schlecht aus. Und hier hat er noch die Quellen angegeben, von woher er das hat. Wir kopieren jetzt diesen ganzen Content. Also ich klicke einfach hier mal auf Kopieren und wir kopieren das mal rüber in NeuronWriter. Genau, ich kopiere das dann rein und ich muss noch ein paar andere Sachen reinkopieren, zum Beispiel den H1-Titel. Den machen wir hier und als H1 und dann natürlich auch noch Titel und Meta-Description. Das hat ja ZeroWriting.ai für uns auch gemacht. Also ich kopiere jetzt den Titel und dann gehe ich zurück, kopiere mir die Meta-Description. Die ist natürlich auch von der Länge her und alles optimal. Fügen wir auch ein und man sieht, einige NLPs werden hier schon getroffen. So, jetzt haben wir schon out of the box einen Score von 51. Der beste Competitioner hat 75. Das ist eigentlich schon ein ganz guter Score. Natürlich sollten wir schauen, dass wir diesen Beitrag dann noch raufbekommen. Ja, eben besser als der beste Competitor sozusagen. Und hier haben wir auch so eine Checkliste. Also ja, die durchschnittliche Länge liegt eben bei 1544. Unser Beitrag ist jetzt aber schon 1896 Wörter lang. Also das passt eigentlich. Und wir haben hier halt, also man kann dann eben neu und weiter nutzen. Man sieht hier eben, welche Wörter eben tendenziell zu oft vorkommen. Das sind die, die rot sind. Man kann sich die dann anzeigen lassen, schauen, ob man den Content auch umschreibt. Welche Wörter noch gar nicht vorkommen, das sind die, die eben grau hinterlegt sind. Da könnte man probieren, dass man den Text noch eben verbessert und auch diese Wörter reinbringt. Ja, und grün ist okay. Gelb kannst du auch lassen. Da musst du jetzt nichts machen. Also du kannst dich ein bisschen kümmern um diese Wörter, die eben rot sind oder grau wären. Aber wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich möchte das an der Stelle nochmal sagen. Es geht nicht darum, nur einfach einen guten Score zu machen, sondern es geht darum, dass du einen guten Inhalt insgesamt produzierst. Das heißt, der, der die Leser abholt, der die Suchintention trifft, der die Fragen beantwortet, die die Leser haben. Also kurz gesagt, dass wirklich die Suchintention hinter dem Keyword getroffen wird. Ich habe das, das ist jetzt nur fürs Video. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail durchgeschaut und so weiter, aber es sieht schon gut aus. Was mir jetzt aufgefallen ist vorher, das habe ich schon vorher weggelöscht, von diesen Bildern, die ich jetzt darüber kopiert habe, da übernimmt er diesen Prompt von den Bildern, den hat er da eingefügt. Das löschen wir. Das ist natürlich Blödsinn. Genau hier hätte er noch ein FAQ. Und neu und weiter hätte sogar so eine Funktion, die heißt Autoinsert. Wenn man da draufklickt, dann würde er schauen, welche Wörter eben noch nicht verwendet sind und würde dann Textbausteine für uns erstellen mit diesen Terms. Und wir könnten diese dann auch noch in den Content einbauen. Das dauert auch eine Zeit. Wie gesagt, das soll hier jetzt aber kein neu und weiter Review sein, sondern ein SEO-Writing-AI-Review. Deswegen möchte ich jetzt dann auch gleich mal wieder zum Tool zurück wechseln. Ich dachte aber, dass es vielleicht für den einen oder anderen wirklich sinnvoll ist, wenn ich da wirklich so einen Workflow zeige, dass du wirklich den Content erst in SEO-Writing-AI produzierst, dann gehst du weiter zu neu und weiter und kannst ihn dann noch weiter optimieren. Und natürlich auch wichtig, dass du wirklich auch deine eigenen Dinge einbringst, ganz abseits von dem ganzen KI-Content und so weiter. Wobei sich der auch wirklich gut lesen lässt. Aber hier jetzt mit neu und weiter mit dem Autoinsert, da würde er hier Textbausteine, dann könnte man dann, wenn man da draufklickt, dann zeigt er uns, welchen Textbaustein wir umschreiben. Ja, und dann könnte man hier einfach draufklicken und könnte dann sagen, ja, übernimm das bitte, also Accept. Und dann würde er mir das umschreiben. Dann könnte man das eben so weiter verbessern. Gut, wir gehen jetzt aber zurück zu SEO-Writing-AI. Aber wie du siehst, der Output, der ist schon wirklich gut. Also auch mit dieser ganzen Formatierung, auch damit, dass er sich wirklich aus diesen, ja, dass er sich da Live-Daten rauszieht und auch NLP-Keywords einfügt. Und du hast auch gesehen, dass auch der Score in neu und weiter schon ziemlich gut war. Also der war schon über 50. Wie viel hatten wir? 51, ja. Also über 50, ohne dass wir selbst irgendwas gemacht haben. Ja, also das ist einfach ein Tool. Ich bin ja sonst nicht so der, der was sagt, ja, mach jetzt komplette Blog-Posts mit KI, mit einem Klick und so weiter. Und ich habe auch Long-Form-Content bei vielen verschiedenen Tools ausprobiert. Warum ich jetzt wirklich dezidiert SEO-Writing-AI, zeigen wir das einfach, weil der Long-Form-Content ist einfach richtig, richtig gut in diesem Tool. Ja, und jetzt gehen wir noch mal kurz aufs Dashboard zurück. Die anderen Funktionen, also es gibt auch, es ist auch ein guter Writer für alle, die jetzt Affiliate-Marketing über das Amazon-Affiliate-Programm machen, weil du kannst dir halt auch hier so Produktlisten erstellen. Du könntest dann deinen Amazon, nicht Affiliate-Link, wie heißt das, die Affiliate-ID einfügen und dann kann er dir automatisiert die Amazon-Links reinfügen. Du kannst dir da auch noch, ja, so Produktlisten und so weiter erstellen, also mit, ja, Image, Featured-Image und so weiter. Also du kannst dir da, ja, so komplette Tabellen mit Produktvergleichen etc. erstellen. Also alles, das ist möglich. Ich müsste hier nur die Links der Produkte sozusagen einfügen und hier meine Affiliate-ID einfügen und dann würde er mir so, kannst du dir Tabellen und so weiter auch erstellen lassen. Als ich das das letzte Mal probiert habe, das ist aber schon einige Wochen her, da ging diese Funktion nur auf Englisch. Ich kann es jetzt in dem Video aber mal schnell ausprobieren. Ich gehe jetzt mal auf Amazon und ich füge da einfach einen Link ein, noch einen Link. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jetzt funktioniert mit Amazon.de und wir sagen, okay, das Bild soll er sich raus. Ah ja, hier, das hat er gefunden. Hier, bei dem sucht er noch. Gut, das hat er jetzt auch gefunden, das erste. Jetzt habe ich noch ein drittes eingefügt. Hat er auch gefunden. Okay, da könnte ich da meine Affiliate-ID reingeben und dann kann ich sagen, okay, Produktliste, generiere mir das und dann würde er mir das sozusagen generieren. Ich könnte das direkt in WordPress dann ja auch einfügen oder in einen Beitrag einfügen und so weiter. Wenn ich hier die Pros und Cons, da müsste ich dann mit dem AI-Writer die Pros und Cons erstellen sozusagen. Aber genau das ist eben das Problem. Da hat er noch diesen Mix aus Englisch und Deutsch. Das soll aber kommen in Zukunft, dass das auch in Deutsch perfekt funktioniert. Also hier jetzt nochmal im Live-Test. Gleiche Erfahrung, die ich auch vor ein paar Wochen hatte, als ich das Tool zum ersten Mal ausprobiert habe. Das funktioniert in Deutsch noch nicht so wirklich gut. Aber nichtsdestotrotz, die Long-Form-Content-Generierung funktioniert extrem gut. Naja, jetzt sehe ich hier die Cons, hat er jetzt wieder auf Deutsch gut geschrieben. Also er hat da so einen Mix. Hier schreibt er Englisch, dann 10 bis 60 Kilogramm einstellbarer Widerstand, dann Adjustable Resistance, Repräsentativ, bla bla bla. Also Features können wir auch mal, AI-Writing. Ja, also man kann diese Sachen dann ergänzen mit dem AI-Writer. Aber wie gesagt, da hat er einfach noch so einen Mix drin. Aber man sieht, wohin die Reise geht. Auch hier könnte man auch wirklich so Listen-Posts mit Produkten erstellen. Darauf wäre das optimiert. Könnte man hier auch das Main-Keyword eingeben. Dann auch noch für die SEO-Einstellungen weitere Einstellungen treffen und so weiter. Beschreibung. Vielleicht, wenn wir das alles in Deutsch ausgefüllt hätten, dann wird das vielleicht auch hier besser klappen und so weiter. Also ja, und natürlich auch die Farbe von den Links und so weiter könnte man hier dann umstellen. Und das kann man dann auch direkt so kopieren und in WordPress einfügen und hätte dann auch solche Listen. Also richtig, richtig genial. Jetzt möchte ich zum Abschluss auf das Pricing zurückgehen. Und man sieht, dauerhaft kannst du dieses Tool kostenlos nutzen. Also keine Testversion, sondern wirklich dauerhaft kostenlos nutzen. Du kannst damit 5 Longform-Artikel pro Monat generieren mit maximal 5000 Wörtern. Wenn man sieht, wie lange diese Longform-Artikel sind, werden sich dann gar keine 5 Artikel sozusagen ausgehen, sondern eher weniger. Und du kannst halt den Modus wählen, wo du halt GPT 3.5 und GPT 4 im Mix bekommst mit insgesamt 5000 Wörtern. Aber, und das ist jetzt der große Punkt, du kannst eben deinen eigenen OpenAI-Key hinterlegen. Hier steht noch OpenKey, aber ich meine einen OpenAI-Key. Kannst du hinterlegen und dann kannst du auch oberhalb von diesem Limit da eben, also von diesem Wortlimit pro Monat generieren. Ich weiß nicht, ob dann auch noch diese 5 Artikel-Grenze gilt. Wahrscheinlich schon. Ich denke, sie können einfach nicht alles immer nur kostenlos rausgeben. Aber zumindest kannst du mit deinem eigenen Key dann 5 sehr lange Artikel schreiben, auch mit insgesamt zum Beispiel weit über 10.000 Wörtern. Einen OpenAI-Key, das verlinke ich dir auch unter dem Video, wo du dir den erstellen kannst. Den musst du zwar auch bezahlen, dass du diese Tokens bekommst von OpenAI, ist aber extrem billig. Also da kannst du einmal mit einer Kreditkarte 5 Euro überweisen und hast dann irgendwie schon, ja, 100.000 Wörter oder so. Also, ja, genau. Also den kannst du da einfügen. Und ansonsten, ich nutze diesen Pro-Plan, der auch sehr günstig ist. Das sind 12 Dollar. Das sind eben 10 Euro pro Monat. Ich habe da dann eben 100.000 Wörter pro Monat integriert, kann 50 Artikel generieren und kann da eben auch dieses Connect-to-Web, dass er sich wirklich die Daten rauszieht. Das war für mich eben der entscheidende Punkt. Ja, und dass er dir halt auch diese Bilder macht in dieser höchsten Qualität und so weiter. Also alles, das ist integriert. Natürlich würden die Preise steigen, wenn du jetzt mehr Wörter brauchst, aber das würde ich gar nicht brauchen, denn bevor ich da mehr Wörter nehme, kann ich ja auch meinen eigenen OpenAI-Key und so weiter nutzen. Ich habe halt hier die Grenzen mit diesen 50 Beiträgen, die ich da pro Monat generieren könnte. Aber wirklich kann ich nur empfehlen, also für 10 Euro umgerechnet pro Monat ist das wirklich ein Top-Tool. Und vor allem für Long-Form-Content ist es das beste Tool, das ich bis jetzt getestet habe. Wenn du es dann eben, wie ich es gezeigt habe, noch kombinierst mit Neu- und Weiter, der versteckte Lifetime-Teal zu Neu- und Weiter ist auch verlinkt unter dem Video, dann kann man hier einiges rausholen. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Das Video ist jetzt eh schon länger gegangen, als ich es geplant habe. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Schauen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank.